Belastende Arbeitsbedingungen, mangelnde Arbeitssicherheit oder Stress. Sie können zu verminderter Produktivität oder sogar zur dauerhaften Arbeitsunfähigkeit von Mitarbeitenden führen. Darunter leiden die Betroffenen. Es kostet den Arbeitgeber viel Geld und noch dazu drohen Imageschäden. Sichere Arbeitsbedingungen, eine wertschätzende Unternehmenskultur und in Gesundheitsfragen individuell geschulte Mitarbeitende haben also mehr als nur eine ethische Dimension. Gesunde Mitarbeiter sind motivierter und produktiver. Effektives betriebliches Gesundheitsmanagement ist hier das A und O und für Unternehmen jeglicher Größe sinnvoll und umsetzbar. Die AXA bietet im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement ein breites Spektrum an Dienstleistungen. Sie können dazu beitragen, dass Mitarbeitende gesund und motiviert bleiben. Das beginnt mit Prävention. Die AXA bietet unter anderem Schulungen und Workshops, mit denen alle Ebenen eines Unternehmens, vom Eigentümer bis zum Arbeitnehmer, für wichtige Themen sensibilisiert werden. Dazu gehören etwa finanzielle Einsparpotenziale, Stressprävention und wertschätzende Kommunikation. So wird das Bewusstsein für die Gesundheit der Mitarbeitenden Teil der Unternehmens-DNA. Und das zahlt sich langfristig aus. Wenn Mitarbeitende jedoch öfter Absenz sind oder dauerhaft arbeitsunfähig zu werden drohen, ist schnelles Intervenieren essentiell. Denn je weniger Zeit verstreicht, desto höher ist die Erfolgsquote für die Reintegration eines Mitarbeitenden. Und hohe Absenzkosten werden verhindert. Die AXA bietet dabei mit ihrem umfassenden Care-Management Hilfe. Wird ein Care-Manager aktiv, sucht er zuerst das Gespräch mit dem Arbeitgeber. Wie ist die individuelle Situation und wer ist alles involviert? Bei Bedarf wird dann Kontakt mit dem Erkrankten aufgenommen. Die AXA-Spezialisten finden nun einen gemeinsamen Weg, mit dem die nachhaltige Reintegration des Mitarbeitenden ins Unternehmen erreicht werden kann. Und das hat Vorteile für alle. Unternehmen senken die Absenzkosten. Noch dazu haben sie Unterstützung bei arbeitsrechtlichen Fragen und der neutralen Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit, sowie bei Kommunikationshürden zwischen Mitarbeitenden und Arbeitgebern. Und die Mitarbeitenden? Sie finden schnell zurück zu ihrem Beruf und gewinnen neues Selbstvertrauen. Eine echte Win-Win-Situation. Interessiert am betrieblichen Gesundheitsmanagement der AXA? Besuchen Sie uns online für weiterführende Informationen.